Levent Ejticek Levent Ejticek Klein, Techniker und Torgefährig Er ist ein kleiner, quirliger Spieler, der die Bälle geschickt verteilt, auch in die Schnittstellen spielen kann auf die Stürmer und auch von ihm versprechen wir uns ein belebendes Element der Offensive und auch das ein oder andere Tor. TSV 1860 München Tradition, weiß-blau, geiles Stadion Die Mannschaft Zielorientiert, jung und energisch, gefährlich Abstiegskampf Emotion, Kampf, unbedingt siegen 1860 und der Klassenerhalt Große Aufgabe, schaffen wir auf jeden Fall Motto Gemeinsam Wir haben jetzt noch 15 Endspiele, um den Klassenerhalt zu schaffen Das kriegen wir auf jeden Fall hin, aber auch nur mit eurer Unterstützung Deswegen hoffen wir, dass ihr uns immer unterstützt und überall hin begleitet Geige Gewalt Geige Geige WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR